Gibt es trotzdem eine Art von Pflicht oder Aufforderung an Migranten, sich an sowas wie die deutsche Kultur oder gar an eine deutsche Leitkultur anzupassen? Nein, die gibt es nicht, weil es die deutsche Leitkultur nicht gibt. Die müssten Sie mir erstmal definieren. Na gut, ich habe ja das Wort nicht erfunden, aber jetzt liefere ich halt mal ein bisschen Vorlage. Also ich sage, deutsche Leitkultur ist Goethe und Helene Fischer, deutsche Traditionen. Helene Fischer ist meine Russin, also ich bitte Sie. Wenn das deutsche Leitkultur ist, bitteschön, dann okay. Ja, ich kann ja mal ein bisschen weiter. Es ist deutsche Geschichte, deutsche Traditionen, das Grundgesetz, Karneval, Weihnachten. Nur da setzen Sie bei einem sehr anachronistischen Deutschlandbild an. Deutschland ist ja mehr als Helene Fischer und Karneval. Das ist ja das so Mundschuh. Ja, Deutschland ist ein Konglomerat aus unterschiedlichen kulturellen Einflüssen. Das Deutschland, was wir heute haben, ist ein Zusammensetzen aus Ost- und Westdeutschland zum Beispiel auch. Es ist Ekaterina, ich weiß nicht, wie Frau Fischer mit wirklichem Namen heißt, die ja nachweislich Russin ist. Es sind hier lebende Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, Portugal, Italien, jetzt neuerdings auch aus Syrien, aus dem Nahen Osten. Und das ist für mich Deutschland, ein Deutschland der Vielfalt, ein Deutschland des friedlichen und toleranten Umgangs miteinander. Und nicht ein starrköpfiges Deutschland, das an einem Bild festhält, was ich eher an deutsches Reich anlehnen finde. Also da müssen wir unser Selbstbild als Deutsche neu definieren. Aber jetzt haben Sie ja ein ziemlich plastisches Bild einer deutschen Kultur, der Freiheit, der Toleranz, der Weltoffenheit geschildert. Dann trage ich es mal umgekehrt. Also würden wir erwarten, dass sich Migranten an dieses weltoffene Deutschland mit allem, was dazugehört, dass eben Familien nicht patriarchalisch organisiert sind, dass Frauen gleiche Rechte haben, dass Menschen ihr Schicksal selber in die Hand nehmen dürfen. Würden wir erwarten, dass das als Leitkultur oder als prägende, ideale Werte akzeptiert wird? Ja, das ist aber kein nationaler Kodex, an dem wir uns halten, sondern ein gesellschaftlicher Kodex. Wenn es um die gleichberechtigte Behandlung von Frauen geht, können Sie auch mit Filmregisseuren darüber sprechen, dass sie da noch einiges zu lernen haben. Das hat nichts mit der Nationalität zu tun. Jeder Mensch, der in Deutschland lebt, egal ob er aus Deutschland kommt, ob er hier geboren ist, ob er originär deutsch ist oder sich nur so fühlt, hat die Einladung, an dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung teilzunehmen. An diesem Kodex, den wir gemeinsam erfinden müssen. Das heißt eine Bringschuld, das meinen Sie ja, auch von demjenigen, der akzeptiert werden will als vollwertiger Teil. Das heißt aber auch von demjenigen, der es verlangt, auch eine ähnliche, nennen wir es nicht Schuld, aber eine ähnliche Toleranz, eine Einladung, eine Form von Offenheit, die beinhalten muss, dass sein Bild von Deutschland auch revidierbar ist. Kevin Boateng ist das beste Beispiel. Wenn Alexander Gauland heute sagt, ich möchte Kevin Boateng nicht als Nachbarn haben, dann widersprechen ihm nachweislich 80, 85 Prozent der Bevölkerung. Und darauf bin ich stolz. Nicht darauf, dass wir ein Deutschlandbild haben, was starkköpfig ist, was anachronistisch ist, sondern dass wir als Deutsche miteinander, egal woher wir kommen, woran wir glauben oder mit wem wir schlafen, einen gemeinsamen Nenner finden, der uns passt und der uns gefällt. Gibt es Dinge, die die Integration erschweren? A, auf der bio-deutschen Seite und B, bei Seiten der Migranten? Schreckliches Wort, bio-deutschen Seite. Ja, ich habe mir lange überlegt, was ich da benutze. Sind Sie bio-deutscher? Würden Sie sagen, Sie sind bio-deutscher? Machen Sie mir doch mal einen Vorschlag. Sie sind Schwabe. Das ist richtig. Ich komme aus Stuttgart, Anhänger des VfB Stuttgart. Aber dann machen Sie mir doch mal einen Vorschlag, was ich sagen soll, wenn ich darauf abheben will, dass der eine der Migrant ist und der andere nicht. Wir sollten vor allem aufhören, über Leitkultur zu debattieren. Es gibt meiner Meinung nach keine Leitkultur. Das ist eine Geisterdebatte. Wir sollten uns mit den Fragen beschäftigen, die wirklich akut sind. A, wie integrieren wir die Menschen, die jetzt neu nach Deutschland gekommen sind? Bieten wir ihnen Sprachkurse an? Fördern wir ihre Integration? Oder separieren wir sie? Kasernieren wir sie ein in Asylantenheime und wundern uns dann darüber, dass diese Menschen sich auch nicht eingeladen fühlen? Andererseits müssen die Menschen, die hier hinkommen, wissen, dass wir hier andere Werte haben als sie zu Hause. Frauen können hier ohne Kopftuch durch die Innenstadt laufen. Ein Mann heiratet in der Regel nur eine Frau und nicht zwei. Wenn das gegen den Wertekanon der Menschen verstößt, die hier hingekommen sind, sind auch sie aufgefordert, sich zu revidieren und zu lernen. Das gemeinsam zu machen, friedlich und freundlich und nicht permanent mit der Arroganz des Inhabers irgendeiner übergeordneten Kultur. Das ist für mich eine große Aufgabe, an der ich als politischer Künstler auch gerne teilnehme.